Musik Herzlich Willkommen zu WWW Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller Entspannt durchs World Wide Web Musik Musik Hallo, ich grüße dich. Heute geht es mal wieder um das Thema Suchmaschinenoptimierung, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar, dazu erzähle ich dir einfach mal eine kleine Geschichte. Vor ein paar Tagen rief mich eine neue Kundin an und ich habe in letzter Zeit jetzt doch konsequenter mal gefragt, wie die mich eigentlich gefunden haben. Das habe ich so immer so ein bisschen vernachlässigt oder habe es dann auch wieder vergessen. Und ich hatte mir jetzt vorgenommen, da einfach mal ein bisschen genauer zu fragen, um zu wissen, wie werde ich eigentlich gefunden und wie ist überhaupt so mein Status? Ja, und dann habe ich meine neue Kundin gefragt und dann meinte sie, ja, sie hat mich über Google Maps gefunden. Das heißt, sie wohnt in einem Bezirk in Berlin und arbeitet in einem anderen Bezirk in Berlin und wollte genau da dazwischen, sie wollte kurze Wege haben, hat sie auf Google Maps Webdesign, Webseiten eingegeben im Bezirk Tempelhof-Schöneberg-Steglitz-Zehlendorf und hat mich dann genau in der Mitte gefunden. Das heißt, das ist etwas, was ich tatsächlich eigentlich meinen Kunden rate, auch lokal zu schauen, was ich aber selber überhaupt nicht wirklich optimiert habe. Also ich habe Glück, dass sie mich gefunden hat. Ich bin zwar eingetragen dort, also es gibt so eine rote Fahne, wo es Müller-Macht-Webb in den Südkretz-Ateliers gibt, aber die ist zum Beispiel auch noch völlig falsch. Die ist gar nicht auf der Adresse, sondern die ist in dem Bahnhof selbst drin. Also rein theoretisch könnte das natürlich sein, aber ist schon eher ungewöhnlich und natürlich auch verwirrend. Was ich damit sagen will, ich habe das vernachlässigt. So, jetzt habe ich Glück. Das ist jetzt meine Kundin. Und was habe ich jetzt die letzten Tage gemacht? Also besser gesagt, ich habe gestern, wir haben jetzt August 2018. Heute ist der 18. August, wo ich diese Folge, diese Episode aufnehme. Und ich habe gestern mich hingesetzt und habe das alles mal ein bisschen optimiert. Ich verlinke das natürlich, falls du dich noch nicht eingetragen hast. Das macht natürlich nur Sinn, wenn du eine Geschäftsadresse hast und da auch ein Büro, Homeoffice, ja, muss man sich überlegen. Rein theoretisch muss man damit rechnen, dass dann auch jemand vor der Tür steht. Aber ich habe jetzt auch verstanden, dass es durchaus manche Menschen einfach den einfachen Weg gehen und es einfach kurze Wege haben wollen und über Google Maps suchen. So, das heißt, du gibst dann ein Google Business. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und dort hast du eine Menge Möglichkeiten. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen angeschaut. Also als erstes habe ich dann mal auch ein Profilbild von mir reingemacht, habe mal die ganzen Texte aktualisiert. Das war nämlich alles gar nicht aktuell und ich habe auch nicht wirklich alles ausgefüllt gehabt. Habe die rote Fahne auf die richtige Position gesetzt. Jetzt, dann kann man das übermitteln an Google. Das dauert dann ein bisschen. Das ging aber relativ schnell. Dann haben die das genehmigt. Die kontrollieren das dann. Und jetzt sitzt die Fahne auch wirklich da in dem Haus, wo ich auch tätig bin. Und ich habe Bilder schön reingesetzt. Man kann dann so auswählen zwischen Innenaufnahmen, Außenaufnahmen. Man kann auch Video reinstellen. Und was relativ neu ist, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wollte ich jetzt die nächsten Tage mal ausprobieren. Man kann über Google Business über Google eine Webseite erstellen. Also wie so eine Art Landingpage, wo man auch noch mal so die wichtigsten Sachen reinschreiben kann. Man kann zum Beispiel auch Angebote reinstellen mit Preis. Und das genau beschreiben. Also schon, es gibt schon eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt einfach mal angegangen bin und ausgefüllt habe. Und ich bin mal gespannt. Ich werde das jetzt auch mal beobachten. Ob sich da irgendwas ändert und wie das so angenommen wird. Über Google Business bekommt man zum Beispiel auch eine Statistik darüber, wie oft jemand eine Wegbeschreibung zum Beispiel abgerufen hat. Wie viele Leute überhaupt über Google Maps darüber gesucht haben. Also schon auch noch mal ein paar ganz spannende Informationen, die durchaus nicht unwichtig für dein Business sind. Ja, diese Episode wird relativ kurz, weil ich wollte dir das einfach nur mal schnell mit auf den Weg geben, da vielleicht einfach noch mal reinzuschauen. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich dort an. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Du brauchst natürlich eine Google Mail Adresse, um zu Google Business zu kommen. Und wenn du in dem Zusammenhang noch gar nichts gemacht hast, dann melde dich doch, dann trag doch gleich deine Website auch bei der Google Search Konsole ein. Und da gibt es auch von mir ein Video auf YouTube, wie man das macht, wie man seine Webseite in der Google Search Konsole einträgt. Das sind alles Kriterien, die dir dabei helfen, gefunden zu werden. Denn die Menschen suchen unterschiedlich. Die suchen, wie du jetzt erfahren hast, die suchen lokal, weil sie kurze Wege haben wollen. Nämlich in Berlin zwischen Wohnung und Arbeitsstätte quasi auf dem Weg dahin. Das ist zum Beispiel auch für Fitnessstudios oder für kleine Büros auch extrem wichtig. Weil letztendlich muss ich mich wundern, dass ich mich nicht längst darum gekümmert habe. Weil ich suche ja genauso. Ich suche zum Beispiel, wenn ich mich in einem Bezirk in Berlin verabreden will, dann gebe ich irgendeine Straße ein, die ich kenne. Und dann schaue ich mir an auf Google Maps, was gibt es in der Nähe. Und dann schaue ich, klicke ich da drauf auf die Fahnen und zeigen mir Restaurants an und so. Und dann suche ich mir das aus. Und das ist tatsächlich etwas, was ich vernachlässigt habe. Das wollte ich dir heute. Einfach mal mit auf den Weg gehen. Ganz schnell ein Quick-Tipp. Mach SEO lokal. Es lohnt sich. Es kommen Kunden darüber, weil wir tatsächlich ja nie wissen, wie die Menschen uns suchen und dann letztendlich finden. Also auch da ruhig mal ein bisschen Zeit investieren. Ein paar schöne Fotos hochladen. Die wichtigsten Informationen. Und ich werde jetzt die nächsten Tage mal schauen, was das mit dieser Website bei Google Business, was man da so alles einstellen kann. Ob sich das irgendwie lohnt. Und dann werde ich das mal machen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Lass es dir gut gehen. Hau rein, deine Kerstin. Hau rein, deine Kerstin. Untertitelung des ZDF, 2020